Musik Netzwerke. Durch sie entstehen neue Geschäfte, Kooperationen oder auch einfach nur Freundschaften. Und genau darum ging es am 24. Oktober in den Räumlichkeiten der Kreissparkasse Stendal. Beim ersten Wirtschaftsforum Altmark bekamen über 120 Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung die Möglichkeit, ihre Netzwerke zu festigen und zu erweitern. Während der Veranstaltung erhielten die Teilnehmer Einblicke in Themen wie die Fachkräftesicherung im ländlichen Raum, näher gebracht in einem Impulsvortrag von Heidi Werner, die Festrede von Ulrich Uecker-Seifer über die Welt in der Dauerkrise mit Blick auf die aktuellen nationalen und internationalen Herausforderungen und die Altmark als Wirtschaftsstandort. Bei all diesen Themen ist ein gutes Netzwerk von großer Bedeutung. Gerade deshalb bringt die Altmark gewisse Vorteile mit sich. Dass man eben sehr kurze Drähte hat zum Nachbarn, sehr kurze Drähte hat zu dem nächsten Partner und man sich mit der Kammer, mit dem Dehoga, mit vielen relativ schnell verständigen kann. Netzwerke sind aber nicht nur für Unternehmer und deren Kommunikation mit der Politik von großer Wichtigkeit. Auch eine moderne Infrastruktur und ein gut ausgebautes ÖPNV-Netzwerk sind für den Wirtschaftsraum Altmark essentiell. Mit diesen könne man die Attraktivität des Standortes steigern und dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Lösungen für den Nah- und Fernverkehr sind schon im Gespräch. Ja, wir haben zwei Achsen, die wir im Augenblick verfolgen. Das eine sind kurzfristige Maßnahmen zur Verbesserung. Da ist vor allen Dingen, glaube ich, für die Altmark, das sogenannte Altmark Y, spannend, dass wir die Verbindung nach Magdeburg deutlich verdichten, Halbstundentakt. Und dass wir aber auch eine Reihe von Fernzügen, ICs zum Beispiel nach Rostock hoch oder nach Hamburg oder halt eben runter in den Raumhalle Leipzig verdichten. Wie bei so vielen Themen in der Politik besteht auch hier die Gefahr, dass die Lösung durch langwierige Bürokratie gebremst wird. Dazu hat der Vizepräsident der IHK Magdeburg eine klare Haltung. Dieser Dialog, den wir heute hier gehört haben, eint uns da noch ein Stück weit mehr. Wir müssen es nur machen. Nur darüber reden reicht nicht. Es muss sich also etwas tun. Sehr erfreulich ist es daher, dass die ersten Schritte bereits eingeleitet wurden. Aber auch, dass wir darüber hinaus ein Fernverkehrskonzept erstellt haben und der Deutschen Bahn zugesandt haben. Und eine Realisierung würde dann auch für die Altmark enorme Gewinne bringen, also eben deutlich bessere Anbindungen an den Fernverkehr. Werden wir also bald eine bessere Fernanbindung Richtung Norden und Süden bekommen? Das wird sich in der Zukunft zeigen. Fest steht aber, Netzwerke sind und bleiben wichtiger Bestandteil unserer modernen Gesellschaft und wurden beim ersten Wirtschaftsforum der Altmark intensiv gefestigt.